Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing auf Unboxing-Sat-Hocs. Diesmal habe ich für euch Akunohana, das erste Volume, eine Serie mit einem sehr eigenen Zeichenstil. Da wurden nämlich reale Schauspieler quasi gefilmt und dann digital nachanimiert quasi. Deswegen sieht das alles sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ich habe allerdings von vielen Seiten gehört, dass gerade die Story die visuelle Erscheinung wettmachen soll. Ich habe hier mal ein anderes Mediabook, was ich auch schon unboxed habe, mit dabei. Nur mal zu zeigen, aus irgendeinem Grund ist das andersrum. Keine Ahnung warum das so ist, aber das hier lässt sich so oft machen und das hier lässt sich dann später so oft machen. Aber dazu muss ich erstmal die Folie abmachen, was ich jetzt auch machen werde. Mal sehen, ob ich sie abkriege. So, da haben wir es. Ja, geht so auf. Ach, und ihr vielleicht einfach nur das falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich mache es mal ab. Vorsicht, ich denke nicht. Und es bleibt auch noch an der Hülle kleben. Ganz toll. Jetzt hebt sich das auch schon wieder ab. Ein bisschen. Naja, stoppen. Ähm, was man noch dazu sagen muss, das hier ist noch mit spezieller, abgehobener Farbe gemacht. Ähm, auf der Scheibe sind 175 Minuten, das heißt sieben Episoden. So sieht die Seite dann raus. Und hier ist wieder in den Mediabook ein Bokelet eingearbeitet. Was muss man es mal angucken. Mit Teilen vom Manga. Mal gucken, äh, ja, machen wir mal hier weiter. Äh, was ist das? Folge 4. Folge 7. Ich muss in Folge, bin ich, bin ich ein bisschen blöd oder was? Hier geht Folge. Wahrscheinlich gibt es zu den anderen Folgen gar nichts. Folge 7. Ach so, das ist einfach nur, äh, Background Risen gut. Ich gehe mal kurz ein bisschen mit in Folge 3. Folge 5, das scheint ja querbeet quasi zu sein. Folge 2, Folge 4, hm, Folge 3. Uff, das ist aber schön viel zu sein. Folge 2, Folge 1. Wahrscheinlich hätte ich es doch von der Seite anfangen sollen, also wie in Japan die Manga sind. Hier ist noch was dahinter. Und das haben wir, äh, da haben wir die Scheibe. Der Manga hat einen viel vertretbaren Zeichenstil, sagen wir mal so. Ja, das war schon das Unboxing zu, der Serie Akku no Hana zum ersten Volume. Äh, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.